Kommen wir nun zum zweiten Wäldergewichtshalb-Pinalkampf an diesem Tag. Ich rufe als erstes in den Cage, in die blaue Ecke, für das Hammers Team Arlen, Jannis Harpeng. Vielen Dank. Ich habe hier meine Chance. Sein Kontrahent in der roten Ecke. Für das Atlas Gym High Board, Kämpf Nikola Tornay. Herzlichen Dank. Applaus Vielen Dank. Catch 2 für Runde 1. Hinten Körper, Hinten Körper, Untermitteln. Hinten Körper, Hinten Körper, Untermitteln. Hinten Körper, Untermitteln. Hinten Körper, Untermitteln. Ja, Kontrolle. Hinten Körper, Hintenörper, Hintenörper. Halt den Frame zu. So, ich will dich von hier, das klingt an die beiden Arbeiten. Er hat gute Hüften. Immer rein, wenn er aufkommt. Huck rein. Bring Ruhe rein. Alles gut. Und weiter mit der Linken. Weiter mit der Linken. Aus der Hüfte. Weiter mit der Linken. Du hast kaum. Jetzt am Stage-Hook. Bring Ruhe rein. Er darf sich nicht aufrichten. Das klingt gar nicht, was er macht. Kopfkontrolle. Nicht aufrichten lassen. Keine High-Mount. Keine High-Mount. Bring den Kopf mit deiner Hand los. Du brauchst den Beinen. Aus der Hüfte. Aus der Hüfte. Wenn die Beine runter, Arbeit aus der Hüfte. Fußarbeit. Fuß, Fuß. So, genau. Du brauchst deine Hüfte. Hände in seine Hüfte. Alles gut. Ruhig atmen. So. Benutze deine Füße. Nikolaj, komm. Das kriegt nichts, was er macht. Alles gut. Halb in den unten. Er will passen. Das stört dich nicht. Ja, genau. Sehr gut, Nikolaj. Arbeit. Immer arbeiten. So, gut. Jawohl. Schön. Jawohl. Jetzt arbeiten. Explodier. Hoch an der Wand. Hoch an der Wand. Explodier. Hoch an der Wand. Gut. Durchhalten. Jetzt hältst du durch. Ein paar Sekunden hältst du aus. Jetzt passiert nichts mehr. Nichts passiert mehr. Alles gut. Durchhalten. Durchhalten. Alles gut. Stopp. Starke Runde. Und jetzt kann ich das Haus haben. Und verteidigt. Nächstes Mal brauchst du für den Topf. Wenn ich mehr auf dem Bauch sitze, finde ich das für den Quail-Page. Okay? Läscht den nicht mehr los. Dann arbeite ich nicht. Lass mich die Leute leicht mounten. Ich hatte viel zu leicht gedacht. Lass es nicht so. Schenk ihm ein. Hast du gesehen? Seine Langsdreffer. Erberspräumen. Kann schon. Dann baue hier einen Frame-Up. Der rutscht in der Zwischenzeit. Das ist nur trocken. Sonst wird es schwerer für dich. Sehr gut noch. Ich hab's gespielt. Wie? Wir bucheln? Ja. Boxen. Boxen. Massiv. Distanz. Okay. So wie ich es dir gesagt habe. Hände. Hände. Aber ringen nicht. Okay. Auf geht's. Feuer frei. Ganz Spaß machen. Auf geht's. Immer auf geht's. Ready. Ready. Fight. So. Mitstand. Gleich Feuer frei. Feuer frei. So wie gerade eben. So wie gerade eben. So wie gerade eben. Super. Kommt. Ja. Gerade. 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 Kommt noch. Noch verbergen. Ja. Sehr gut. Weiter weiter weiter. Nicht so ziehen lassen. Nicht so ziehen lassen. Nicht so ziehen lassen. Mehr auf. WURG. Jawoll. WURG. 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 Genau. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Lass sie nicht drehen. Hoch, hoch, hoch. Heck. Feuer. Evi Style. Jawoll. Mit dem Mande hoch jetzt. Genau. Evi Hips. Lass ihn nicht schrauben. Lass ihn nicht schrauben. Lass ihn nicht schrauben. Lass ihn nicht schrauben. Arbeiten. Du musst jetzt arbeiten. Das Gleiche. Wuchs ihn. Solange er stark ist, ist er schwer. Lass ihn nicht fokussieren. Drück den Kopf runter. Lass dich da nicht framen. Sehr gut. Jetzt arbeiten. Drück den. Sehr gut. Jetzt wieder. Und den Kopf wieder runter. Lass ihn arbeiten. Immer wieder. Hüfte schwer. Hüfte schwer. Hüfte schwer. Lass ihn nicht zu einfach. Lass ihn nicht arbeiten. Jetzt ein bisschen härtisch. Hüfte schwer. 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 Ja, weiter, aber bitte ein bisschen besseres Grown-En-Cown. Lass mich zu. Ja, genau. Versuch uns zu schießen, Nikolaj. Du musst jetzt kämpfen. Jetzt steck den Berg, steck den Berg. Und raus. Und raus. Dreinecken. Und raus. Hinn rein. Hals schützen, Hals schützen. Dräum, bringst du. Ja, genau. Arbeiten, Nikolaj. Du gibst nicht auf. Du gibst niemanden. Komm, durchhalten. Du gibst nicht auf. Komm, Arbeiten, 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 Arbeiten. So, komm, Arbeiten. Stopp! Applaus 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 Der Sieger durch einen stimmigen Punktentscheid aus der blauen Ecke, Jannis Happen.